Hey, 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 grüß dich. Heute möchte ich gerne über das Wort Apokalypse sprechen. Das kommt aus dem Griechischen und bedeutet Enthüllung, Entschleierung. Und es sind ja wirklich gerade Zeiten, die sich niemand jemals hätte vorstellen können, dass Corona, ein Virus, tatsächlich die ganze Menschheit lahmlegt. Und viele nennen das eine Apokalypse. Und ganz oft ist damit ganz viel Angst verknüpft. Kein Wunder, denn wir haben ja alle gelernt, das steht ja schon in der Bibel, in der Offenbarung, dass es das jüngste Gericht ist, dass wir alle zur Rechenschaft gezogen werden und alle geprüft werden. Aber heute möchte ich dich mal dazu einladen, das mal auf eine positive Art zu sehen. Ja, es ist eine Zeitenwende, die hier stattfindet. Es ist eine Art Weltuntergang, der hier stattfindet. Aber was geht hier wirklich unter? Was geht hier wirklich unter? Was hier wirklich untergeht, ist diese alte Welt, dieses alte Denken. Dieses Denken, dass wir von allem getrennt sind. Diese Scheinwelt. Diese Ego-Welt. Das ist das, was untergeht. Und das ist die gute Nachricht. Denn diese alte Welt funktioniert auch so nicht mehr. Diese alten Weltbilder von immer höher, immer schneller, immer weiter. Von Konkurrenz. Von mehr, mehr, mehr. Das ist das, was untergeht. Und insofern ist es eigentlich eine sehr gute Nachricht, dass jetzt eine Art Apokalypse stattfindet. Und wie nach einem Gewitter klärt sich dann alles. Es dauert wahrscheinlich eine Zeit, aber es wird sich alles klären. Und dann kann eine neue Welt entstehen, die wahrhaftiger ist und ehrlicher und, ja, wahrer. Und in der wir uns alle tatsächlich so zeigen können, wie wir wirklich sind. Ohne Angst. In Liebe. Viel Spaß dabei.